müssen um es auf jetzt durch diese aufnahme fällt durch diesen aufnahmen fällen müssen wir die folgen ist leider um die aufnahme leider auf 30 minuten begrenzen die dürfen wir sicher gehen können erst mal das heißt wir haben 15 minuten aufgenommen das heißt nur 15 minuten und dann so gut wo bist du da ohr und kräfte auch nach dachten dass du krieg war nur weil ich nicht gehen aber ich bin ein creeper war weil ich habe ein krüger auf dem rücken fällt mir gerade auf Prozent das hat man ja ich habe mich um was soll er war das ist ein zombie aber das wärst du ich sehe anders aus ich sehe schöner aus die mein Gammelfleisch ich habe sie schon gar nicht schlecht ist der Gammelfleisch ist eklig wenn er schon mal ist das schöne Höhle ich habe ich habe mir noch so ein paar Schweine gesehen kommen mit so richtig viele kommen wir erst mal ein Haus hin also irgendwo weil er es ist jetzt morgens jetzt haben wir viel Zeit oh 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 ein Skeleton ach der ist schlau der versteckt sich in Hamburg na komm her, dann verbrennst du na komm jetzt wenn ich nicht so ich hole grad so ein paar Schweine ah ah gut mach mal ich hab auch ein Steak und ein bisschen ewige Chicken stirbt ich habe gerade gibt bei mir jede Schweinsteak cool komm mal her, ich hab noch zwei Pfeile von einem Skeleton aber der hat keinen gegeben verbrenne ist auch noch so ein Schwein, warte ich so darum sind noch Bones, zwei Stück Ach, das Schwein versteckt sich in einem Baum oh äh, muss man das Schwein ach da gib mir ein Steak so ist gut ich sehe grad richtig viele Schweine nicht, äh komm hier, gib was, gib was gib mir Wesen noch mal was ja, noch was ich veröffne jetzt, neun neun Steaks, Säden ist ein Schaf noch mehr Schaf, ich hab ganz viele Schafe hier, wie viel Wolle hast du? äh, zwei na ich hol gar nicht noch ein paar, dann komm jetzt erstmal Bett machen das ist ein Skelett, aber das macht nicht grad voll blöd an, das blöde Skelett ist abgekratzt nein, jetzt ist mein Speck kaputt also ich hol jetzt mal ein bisschen Essen noch ich hab ja auch gerade also ich hab jetzt vier Steaks und zwei Hühnchen drei Hühnchen gleich weil hier, hier läuft noch eins rum das schafft auch noch los, stirb stirb, schaff, stirb jawolle, hast du das blöde Schwein, stirb ja, das Schwein hat nichts gegeben komm, gib mir was, gib mir was ja, schon wieder 14 Steaks cool nur mein Schwert ist leider kaputt oh, ja hier voll viele Hühnchen irgendwie, vier Stück schon oh, ich seh nicht grad, hallo mach das jetzt mal so hier gib mir dein Hühnchenfleisch mir ist gerade sehr leid um die Pfeile, alter ich hab noch zwei Stück, ich kann ey, bei mir droppt irgendwie jedes Hühnchenfleisch ich weiß nicht, was von das ja, ich hab schon wieder gerade fleisch gedroppt ja, jedes Hühnchen gibt mir Fleisch die geben auch immer Fleisch das ist so Schweine geben Kühe sind immer voll blöd die geben nichts nein schon wieder was also an Essen wird es uns erstmal nicht mangeln ich glaub auch nicht, aber wie gesagt wir sollten erstmal das Haus hinfahren oh, 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 ein Schaf, aber das ist grau ich glaub erstmal wichtiger als erstmal Essen Haus können wir jederzeit bauen Essen können wir nicht jederzeit ich hab das, wenn wir eigentlich schon so viele Tiere wie viele hier rumlaufen außerdem hab ich noch Weizen, wir können die oh Gott, Creeper anlaufen und dann farmen das wär doch auch ne Idee du blödes Schaf stört jetzt, gib mir deine Wolle hier hinter mir sind Creeper her ja, oh wo bist du du, ich hab grad so einen Berg ach, da bist du ja, hallo oh, der Creeper ist weg er geht weg gut ich hab jetzt so wie viel Wolle hast denn du jetzt 3 3, wie fährst du 2 5 Scheiße, einen ein Creeper, ein Creeper oh mein Gott, hinter dir ein Creeper ja ich bin nur weggelaufen, dass ich das gehört habe dass hinter mir ein Creeper ist deswegen ich konnte aber leider nicht schnell genug entkommen hey, komm mal hier hoch soll ich hier wieder Schönheitsopera ja ich mach hier mal ne Schönheitsoperation aber nur die Uhr pass auf Creeper hinter mir auf ich hab keine Augen am Rücken ich bin der Sniper hier der Sniper ich schneide bei dir alle weg nein, komm mal echt hier ein bisschen hoch hier ist echt voller schöner Ausblick ich würd glatt mein Haus hier hinbauen das sieht eigentlich voll gut aus siehst du das, diese Halbinsel da vorne ist eigentlich voll nice aus, bin ich oh ja wollen wir umbauen? ja also ich wär glatt dafür wir müssen das ja ich wollt grad sagen wir müssen da die Erde hier abtragen ja kein Problem wir craften zwei Schaufeln dann ab gehts ne habe ich die Crafting Box mitgenommen? ich hoffe ne habe ich nicht egal ich hab noch Holz ja ich hab auch noch heute an ein Mann Baumart eine cool Errungenschaft erzählt fortgeschrittenes Handwerk hehehe ja ich mach mir selber meine Schaufel ne ja da fällt mir auf ich hab kein Korbel Stone ich hab Korbel nimm mal schnell für uns beide ich mach mir diesmal auch genug Stickies ich hab 26 Helles Holz also ich war nicht so mit Holzhacken beschäftigt ich war mehr an Jagen 8 8 rohes Hühnchen und 5 rohe Schrauben hier hast du deine Schaufel Dankeschön kill das Spein mal ich hab keine ich mach das jetzt mal mit der Schaufel hier waa 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 ja schon wieder 2 Steaks zwei Stück hat es gegeben ja bei mir steht es noch auf der Crafting ja leckt auch ein ganz kleines bisschen gerade du bist wieder bei mir mit X ach ich weiß auch nicht ja ist auch echt scheiße das mit dem Leggen obwohl ich schon so viel ausgemacht habe da den Rest kann ich gar nicht aus theoretisch könnten wir versuchen über hast du Teamspeak aber ich hab's gestern deinstalliert ja ok dann ist ja egal oh shit so dann können wir hier unsere Häuslein hinbauen dann sag mal was wollen wir es bauen ich würde sagen die Seiten aus Holz und das also ähm entweder die Seiten aus normalem Holz oder aus außerdem aus diesem hell und ja ich würde sagen den Boden mal aus hellem Holz würde ich sagen oder ja ja ok das das finde ich auch so gleiches Holz ist langweilig oder das wollen wir hier vielleicht auch ähm weil hier ja auch gerade so viele Tiere also wollen wir vielleicht auch so einen Bauernhof hinbauen ja also da wäre ich auch ich hab ja gesagt wir könnten die Tiere auch fahren weil ich hab noch ein bisschen Weitschen übrig ja also wir müssten auch bald noch eine Höhlentour gehen Eisen geschaffen Eisen ist wichtig also ich hab schon 45 Kohle oh ja oh so was fleißig hab ich gar nicht gemerkt so wie machen wir das denn mal 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 manchmal ich trage noch ein bisschen hier ab ja Hummer Hummer ein bisschen äh Holz bitte erstmal Holz ist Holz ja ihr braucht Holz gib mir ne Axt also ich gib mir ne Axt hab ich grad nicht weil ich mal schnell ne ich hab kein Cobblestone das ist das Problem und holzachs ist für den Poppes Dankeschön wir müssen nochmal mal 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 eine Pick Axt Pick Axt Pick Axt Pick Axt Pick Axt da hinten oh nein das sagt die Uhr Schrägstrich wie viel Zeit haben wir 23 Minuten haben wir jetzt aufgenommen heißt noch ein ganz ganz bisschen ne dann müssen wir hier hinten noch ein bisschen begradigen mhm ach da hinten sind Birken die hol ich auch gleich mal und wenn Sepplings kommt wieder anpflanzen sonst sind wir bald Baum leer obwohl wir an einem Wald wohnen ich sehe ich hab auch noch fünf Sepplings ja ja der Baum ist äh der Wald hier ist echt riesig also hier können wir richtig schon viel abbauen also wir sind wir sind fast 200 Meter vom Spawn entfernt und 150 Meter vom NPC Dorf trotzdem leckt es bei mir der leckt es überhaupt nicht gerade bei mir das ist gerade echt schön oh ich habe acht Eier das heißt wir könnten dann theoretisch mal probieren Hühnchen aber wie viele hast du von diesem Zaun jetzt mitgenommen ein ich habe sie schon früher gesehen ich komme mal mit ein bisschen Holz abbauen weil gib mir erst mal dein ganzes Holz damit ich schon mal weitermachen kann erwartet wenn ich ich komme zurück ja weil ich bin direkt hinter dir ja okay warte ich gebe dir gleich mal du mal ein bisschen weiter ab und dann wo habe ich es hier 20 Uhr ist das schön hier unten und viele Bäume genau wie ich es liebe ich bin voll der Förster jetzt auch was wollte ich denn gerade noch mal machen ich habe gerade über was nachgedacht was sie machen wollte ach genau mach ich jetzt aber scheiße ähm kannst du mal vielleicht mal ganz schnell deine Wolle bringen ja kommen ja kommen Lala 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 ich hübsche in den Berg hinauf okay wo willst du auch ein Apfel und ein Zettling oh shit wo willst du und werden was ist was ist was ist was ist passiert oh shit er geht mal alles her danke bitte so oh alter die Musik ich gehe wieder Holz gib mir grad so ganz bisschen auf den Geist ja warum noch ist es dann ah nein Alter ich mach das jetzt mal ganz schnell na alles wird gut nicht so aufregend aber ich mach die jetzt mal leiser so ist besser als Mammutbäume die sind auch scheiße so und haben schon mal die beiden Betten das heißt das heißt die nächste Nacht werden wir überstehen abgesehen wenn uns nehmen wir mal an dass uns das Gelände nicht erwischt welches ja aus dem anderen Mammutbäume die Dings die können wir abschließen und dann machst du halt auch und das Problem und nun und holen so eine Tür auch hier ich wollte ja noch ein paar Böken mit dem Scheißer und die 5 6 macht die Euro er ist wirklich nicht zählen 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 so sieht es mir gerade aus 1 2 3 da habe ich jetzt schon 4 weil sofort 1 2 3 4 5 6 7 7 hier manche gleich dunkel ja komm her ich hab hier ne ich hab hier zwei Betten erstmal ja warte ich holz mir noch den letzten Baum ab dann komm ich auch so ich hab den Baum abgeholzt auf einmal ist er wieder da das sehe ich nicht ja das habe ich das habe ich auch manchmal hier ich versuche jetzt hier nochmal eine zweite Etage drauf zu bekommen ob wir dann wenigstens einigermaßen hier sicher sind gleich äh Fenster müssen wir dann später reinbauen gerade Lex bei mir gerade nicht äh Fenster sind gerade nicht so wichtig ach verdammt ich sehe gerade gar nichts hast du äh Fackeln? kein einziger keine einzige ich habe auch keine Kohle ich habe auch kein Komplett so und ich habe nur Holz okay ich komme nun schon was oder errichtet hat ich habe auch gleich ein bisschen Holz mitgebracht es ist gut so warte noch nicht ich muss erst mal ganz kurz ich weiß noch mal vier Stück davon so und sie um das war komm mal her hier was im Boden ja warte ja dann macht ich mache im Bett lass erstmal schlafen ach so ja ok das ist mein Bett das liegt ja ok ja ja den gehauen ohne dass uns ein Skeletten kurze Nacht ok fang mal an den Boden aus ja weil ich mache ja hinten schon und du wir gleich wieder auf Holzjagd ja ja ich gehe dann fängst meine Höhle und tue mal ein bisschen koppeln ja wir können auch bald so eine gemeinsame Höhle und tue machen ja auch nicht das Hass wenn dieser Block aus Gras wird oh Gott wir haben noch eine Minute wir machen noch schnell den Boden und dann machen wir mal auf einer Pause in Ordnung oh mein Gott zum Zeitdruck oh mein Gott wir sind im Zeitdruck oh weh ja nein ok wir machen jetzt nicht so eine Panik deswegen nur wir wollen halt eben versuchen dass die Aufnahme diesmal hinhaut deswegen sind wir so ein bisschen in Eile nicht damit wir das wieder aufnehmen müssen auch verbaut ok ok die die also dieses lieblich auch echt geil es läuft ein Grad bei dir ich kann das ja nicht hören das ist konnt Prozent kommen in Konzert 1 Strich 7 1 Strich 0 7 und weiter holz leo oh ich kann mal ganz kurz hier gucken egal dann machen wir erstmal vielleicht die Aufnahme Pause und dann geh ich später holz holen ok ok dann würde ich mal sagen die sagen erstmal tschüss für die erste Aufnahme und wir haben schon ein bisschen was geschafft wir sind weitergekommen als in der Lens in der ersten Aufnahme ja hauptsache und ich errichte nochmal schnell einen Wegpunkt bevor wir das jetzt machen für sicherheit und zwar zuhause 1 ja oh shit die Farbe möchte ich gerne mal ändern kann ich die Farbe irgendwie auf rot ändern ach weiß ich gar nicht ja ich gucke hier gerade hallo ja dann kann ich ja nochmal was sagen oder warte mal ich mach mal den ganz kurz remove den also wir haben ja manchmal kleine Probleme mit den Themen also das nicht wenn ihr vielleicht irgendwelche Themen war die wir reden könnten in die Kommentare schreiben würdet und wenn es euch hätte gefallen hat kloppt den Daumen nach oben wenn nicht dann halt nicht so jetzt haben wir hier Wegpunkt zuhause 1 ok gut passt ok dann sage ich tschüss und er wahrscheinlich auch adios tschüss und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme die wir auch gleich aufnehmen werden ok tschüss ciao